Hi, wir haben ein kleines Problem. Willst du, dass ich ein scheiß Bild mache, was über einem scheiß Sofa hängt? Du hast Talent, ganz klar. Aber wir wissen beide, dass Talent in diesem Geschäft nicht allzu weit führt. Wenn das wirklich wahr ist, kann ich mich ebenso gut umbringen. Ist das eine Art Protest? Liam Price, er war vor ein paar Jahren eine große Nummer. Glauben Sie wirklich, dass es Selbstmord war? Auf dieser Strecke gibt es viele Selbstmorde. Können Sie ihn identifizieren? Dafür habe ich nicht Kunst studiert. Das ist er. Für seine Karriere war der Schritt zu sterben das Klügste, was Liam machen konnte. Organisieren Sie eine Ausstellung. Du bist nicht tot. Oh mein Gott, wie soll ich das erklären? Wenn ich tot wäre, wäre das also besser fürs Geschäft, ja? Ich bin sehr daran interessiert, eine Story über Liam Price zu schreiben. Wir lieben Storys, nicht wahr, Daniel? Jackson, ich bin Liams Bruder. Ich wusste nicht, dass Liam meinen Bruder hat. Ja, das wissen die wenigsten. Durch sie habe ich die Chance, Liam näher zu kommen. Na dann viel Glück. Was wollte er? Ruhm? Mehr Geld? Seine Werke sind jetzt viel mehr wert. Es geht doch aber nicht darum, ob ihn alle haben wollen oder nicht. Es geht darum, etwas zu fühlen. Was führt Sie nach Berlin? Mein Freund. Sie sind verlobt. Anfangs war er mein Freund, dann wurde er befördert. Zum Verlobten? Wenn ich dir sagen würde, dass Liam Price noch lebt. Du wärst bereit, alles für sie zu opfern, wofür du gearbeitet hast. Ich kann nicht mehr lügen. Treffen wir uns heute Abend, dann erzähle ich dir alles. Du hast Feuer, du brennst, wenn du dich einer Sache verschrieben hast. Alles, was du tun musst, ist jemanden finden, der dich liebt und dieses Feuer in dir schürt. Ich glaube zutiefst daran, dass jeder Mensch auf dieser Welt das Potenzial hat, etwas Bedeutendes zu tun. Vielleicht müssen wir einfach nur ein wenig ermutigt werden. Dieses Werk zum Beispiel scheint den Betrachter aufzufordern, die in der Psyche kodierten Regeln zu erforschen. Nein.